Musik Die letzte jährige Fasnacht hat mit dem Sujet Pinkies, Vorwärts, Marsch eine stimmungsvolle Fasnacht in unser Dorf gebracht. Und was erwartet uns an der Fasnacht 2012? Hören wir doch mal die Laudatio von Kurt Dolcher. Fasnacht 2012. Was könnten wir hier an das Sujet bringen? Zum Beispiel das Feuerwehrmagazin, die Wasserausstellung, Fitnessgeräte in den Parks, die Ruinen beim Erniehaus, Musik bewegt, Landratspresifest und so weiter und so weiter. Wir lassen uns überraschen. Im Gesamten sind 14 Plagettenvorschläge eingegangen beim Fasnachtkomitee und die haben dann einen ausgewählt. Wegen der anhaltenden Euro-Krise ist der Plagettenkünstler dieses Jahr wieder ein Schweizer. Der Name dieser Künstler verrate ich euch in einem ganz kleinen Fässchen. Es ist nur ein Vierzieller. Bananen, Feigen, Tattelen. Der Plagettenkünstler kommt aus Brattelen. Es ist nicht der Bub von Drub. Nein, es ist der Emanuel Drub. Für diese hoffentlich schöne Fasnachtplagette und ein passendes Sujet möchten wir alle zusammen im Voraus im Emanuel mit einem grossen Applaus Dankeschön sagen. Sujet der Fasnacht 2012 heisst Eine schwungvolle Sache. Sie wird jetzt mit einem Trommelwirbel und von diesen zwei Schnierchenhaltern befreit. Los! Schau, sie hangt! Schau, sie hangt! Oh! Schau, sie hangt! Schau, sie hangt! Oh! Dann habe ich jetzt den Emanuel Dritter vom Hörerzeug. Schau! Schau, sie hangt! Untertitelung des ZDF, 2020